6 Juhu! Hallo liebe MyDart5-Freunde, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute ist mal nicht der Tim vor der Kamera und spielt, sondern wir, die Senoritas. Wow! Wir spielen jetzt eine Runde 301 Single Out. Und jetzt machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Tim Gelb gegen Tim Rot. Schnick, Schnack, Schnuck. 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 Gewonnen! So, Fanny fängt an. 301 Single Out. Let's go! I introduce you to the next Dark Champion of Germany. Fanny Cheese! Let's go! Okay, 6 Punkte. Aha. Acht Punkte. Und da sind die 20 Punkte. Wow. 26, 34. Let's go! Scheiße, Alter. Das ist doch gut! Ja, Mann. 3, 18. Wo ist er denn? 2, 20. Wo ist er denn? Und da fliegt der erste in die 6. Das ist gut oder nicht? Das ist gut. Das ist gut. Wer weiß es? Huh, 14 Punkte. Ha, ja! Ja! Darts Karriere, let's go! Bibi. Schön, eine 2. Versuch mal der 1. Ja! Eine 1? Das ist ja richtig scheiße. Geh mal weg hier, du bist schlechte Energie. Und du bist ja wohl auch... Ja, ich steh hier nur und schreib mit, ja. Okay, Moment. Ich bin der Schreiber. Komm, Bibi. Boah. Scheiße. Knapp drüber, ganze 3 Punkte. 278. Ah! Nein, okay, Leute. Neun. Was halt? Null. Eins. Eieieiei. Die 2. Eins, okay. Okay, 11 Punkte. Das war so aus Höflichkeit her. Karma, Karma. Ah, ha, ha, ha! 20! Ne, 12 Punkte. Der schluckt nicht. Naja. Ey, das war noch. 24, 25. Das war noch. Jetzt kann man die nicht da woanders positionieren. Okay. Und 19. Und der geht weit ins Surround. Niemal, niemal. Und die 10. Aber das war ordentlich. Bibi kann sich jetzt in den Checkout-Bereich bringen. Komm, beweis es. Warte mal ganz kurz. Was ist der Checkout-Bereich? Der Checkout-Bereich ist der Bereich, ab dem, wo du checken kannst. Und noch ein bisschen. Oh, fuck. Ja, ich hab... Hast du doch gesagt, oder nicht? 20 Punkte. Huch. Das waren die 17. Jetzt will ich ihn nach oben werfen. Ja, mach ich. Okay, okay. Ich werfe jetzt einmal nach oben, sonst. Yeah! Ah! Was ist das denn? Das sind 25. Strike! Ne, warte mal kurz. Wir sind hier nett beim Bowling. Ach so! Ja! Fünf Punkte! Fünf Punkte. Pfani! Wir sind ein Team, aber wir keins sind. Ha! Ich bin da! In die Mitte! Un, dos, tres! Oh! Ja! Jetzt bin ich drin. Yeah! Wow! Was ist das? Eine Torte? 11, das ist keine Torte. Ja. 20. Nein, ja. Ne, nach oben. Das war auch eine klassische Bouncer. Ja. Ja, 25. Ist die Mitte am besten? 20. Warte, warte. Sieht mir ja nicht so gut in Deutsch. Wow, ein Segment! Jetzt. Warte, jetzt, jetzt bin ich. Wow! Ja! Ja, in Segment. Phil Taylor in the house. Phil Taylor in the house. Ja. 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 2, 16. Krass. Und das ist die 10, oder? Ja. Jetzt kommt Peter Snape by Dried. Yeah. 6. Juhu! Ja. Das ist geil, oder? Ja, das ist stark. Wie, hab ich jetzt gewusst? Jetzt hast du 66 Punkte. Oha! Jetzt kannst du noch einen drauflegen. Warte kurz. Ey, ja. Mama Maria, ey. Mama Maria, ey. Mama Maria, ey, ja. Okay, jetzt. In the middle. Juhu! Aber 20 Punkte. 86. Naja. Naja. Die Mitte schon. Ey, Mensch. Ha! Oh, ey, ne. Team Gold. Huch! Der war ein bisschen außer Control. Out of control. Ui. Vivi, du bist immer besser. Halle, yeah, yeah. Nein, ja. Und jetzt wird's eng. Einmal Triple 20 und dann ähm... Hab ich das? Der ging zu den anderen da abfallendem Darts-O-Round. Ich werde ich losgehen. Jetzt wird's wie viel. Ja, schon. Oh, da muss ich ne Menge schneiden bei dem Video. Äh, Leckung. Ha! Wow, das ist die Triple 19. Warte mal, jetzt müssen wir nämlich rechnen, weil du kannst vielleicht sogar schon auschecken. Also Doppel 19. Checken. Checken, genau. Ja, das ging in die andere Richtung, aber auch nicht verkehrt. Sinn. Ja! Oh, 41. Oh. Vivi, jetzt wirst du einmal in die 1 und einmal in die Doppel 20. Jetzt im Ernst? Ja. Okay. Also jetzt mach ich erstmal einfach die 1 irgendwo. Ja, oder du wirst direkt auf die Doppel 20. Ja, dann mach ich das doch. Wow, die Doppel 1. Okay. Jetzt hast du... Ah! Ah! 14. Werf einfach zweimal die einfache 14. Wow! Nee, Doppel 11. Doppel 11. Ja, das war richtig gut. Das war der Kuchen. Jetzt die einfache 6. Die einfache 6 ist auf 3 Uhr. Das war der Kuchen. Geld ist geiler. Okay, noch kein Kuchen. Ah, nee. Jetzt fuh ich weg. Jetzt hast du dich überworfen, ja. Echt? Jetzt musst du gleich wieder von 28 starten. Was? Man muss genau auf die 0 kommen. Sehr gut. Warte mal, warte mal, warte mal. 21. Einmal die einfache 1 und einmal die einfache 20. Das wird, das kann ganz lange dauern, bis wir da kommen. Ach, meine Güte. 28 Punkte wieder Rest. Ja, geht in die richtige Richtung. Du hast auch 14 zu laut gesagt eben. Fangen die in den Ding, ne? Äh, äh, äh. Nein, das war so an der Linge. Klassischer Linge. Äh, äh, äh. So. Klar. Einfache, einfache 14. Die einfache 14. Warte mal. Oh. Da, du musst das gleiche trennen. Oh, neun, warte, nein, nein, nein. Oh, warte, ich kann den zurückholen. Ne, du musst ja, jetzt musst du gleich auf die einfache 3. Bifi. So. Warte mal ganz kurz, warte, stopp, stopp. Doppel. Señorita, was empfindest du in diesem Moment? Purer Kämpferinstinkt des Aktiviers. Das wollen wir. Warte auf die. Naja, das war jetzt ein bisschen. Doppel 14. Da ist die einfache 14 und nochmal jetzt die 14. Genau. Einfach auf die 14 fangen. Oh, ne, das war eine 12. Das ist überworfen. Überworfen. Man muss aber jetzt so streng sein. Du musst jetzt gehen, oder? Man muss jetzt so streng sein, wenn es die Regeln sagen. Du bist fertig. Du bist fertig. Hol den Fall wieder ab. Habe ich gewonnen? Jetzt kommt die Sophia gleich. Nein, du hast dich überworfen. Ich habe drei Chancen. Aber ich gehe immer auf die erste. Naja. Boom. Mach sie, ne? Warte mal. Warte mal. Herr Moderator. Sie sollen endlich neutral sein. Freuen Sie sich, Ratel. Diese Fanny. Okay. Das war ein sehr schönes Match auf jeden Fall. Von Fanny. The Wizard. Okay, aber was ist mit mir? Senorita. Okay, passt. Ne, war auch so eine sehr saubere Leistung auf jeden Fall. So, liebe MyDart5-Freunde. Das war das Match von den Senoritas. Fanny, The Wizard, Senorita. Hat sich hier heute durchgesetzt. Und ja, war ein knappes Ding auf jeden Fall. Ich meine, dafür, dass wir das erste Mal Darts gespielt haben, war das ein absoluter Erfolg hier heute. Ihr könnt die Senoritas hören. Und zwar sind die Senoritas bei Spotify, iTunes und wo auch immer man Musik hören kann. Hört euch ihre neue Single Maria Maria auf Spotify an. Dazu gibt es das ganze Album. Auf YouTube auch. Könnt ihr auch gucken, die Videos. Genau. Und in dem Sinne, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns doch mal ein Like da. Kommentiert, wenn wir sowas öfters machen sollen und hier mal ein paar Gäste einladen. Ansonsten abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020